Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, wir müssen weiter sehen. Ich habe gerade noch mal neue Saat eingeladen oder aufgefüllt und zwar pflanzen wir jetzt oder sehen wir jetzt Raps an. Pflanzen schließen. So, Trigger an. So, der Helfer ist unterwegs. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Fangen wir hier rum oder fangen wir da rum? Weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Spiegel hier gut. Ich muss mal weiter gucken. Vielleicht verlässt uns auch der Johnny, weil so eine Ansicht bräuchte ich bei vielen. Wenn wir mal ein bisschen gucken, nach links und rechts ist vielleicht auch nicht so schlimm. Aber so ist schon ein bisschen, ja, schöner. Weil, wenn man mit Anhänger fährt oder so, dann kann man nach links und rechts gucken und also nach links und rechts nach hinten gucken. Also durch die Spiegel. Das ist nicht so, da musst du nicht immer hin und her gucken, wenn du in die Spiegel reingucken willst. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht finden wir noch einen Trigger, der halt die Schlauchanimation da hat. Die Schlauchfunktion wäre ja auch nicht schlecht. Oh, es war vielleicht ein Umweg jetzt hier, aber auch mal einen anderen Weg. So, natürlich fangen wir da hinten wieder an. Und wir können auch hier hinten mal anfangen. So, am besten von außen machen wir das. Und dann machen wir das von hier, ne. So, wir haben eine Kreiselecke und so was damit bei. An, an, absinken. So, das war ein bisschen zu weit, na ja. Wie gesagt, es ist immer noch ein Spiel. alles wird gut so so aber ich wollte mir noch ein feld kaufen so war das glaube ich von der letzte folge wieso wir so viel geld haben ich wollte mir noch aber ich bin mir nicht so sicher was oder vielleicht zwei sogar da wurde was kam wohl nicht hin was nicht geht geht aber nicht 2 folgen heute aufnehmen damit ihr morgen auch eine folge wieder kriegt pünktlich was heißt morgen habt ihr denn jetzt schon gesehen die erste folge so ich habe mir gedacht raps wäre nicht verkehrt weil auf dieser anderen wiese wo wir also in der letzten folge angefangen haben zu grubbern das ist da ganz doof zum pressen und so da habe ich mir gedacht da machen wir irgendwas hin was vielleicht gedrescht gedroschen werden kann dann kann man von links nach rechts dreschen und hat damit nicht die schwaden zum pressen könnte man vielleicht auch machen von links nach rechts dass wir nicht bergauf fahren müssen weil diejenigen die die folge gesehen haben wissen worüber ich spreche warum ich das nicht mache warum ich das nicht mache also ungerne vielleicht machen wir da ja nochmal wieder was drauf aber im moment nicht unser neues feld ist ja mit weizen voll das sollte erstmal reichen und da wir noch ein paar wiesen wiesen oder felder kaufen wollen wollen zu viel proben jetzt habe ich glaube ich noch ein bisschen mehr geld haben auf dem kanto ein feld wollte ich noch besorgen zumindest ein feld und dann haben ein paar tiere ein paar kühe auf jeden fall so war der hört sich richtig gut an heute ob das so rüber kommt mit dem ton wie gesagt muss ich mal sagen ob das so passt aber das soll auf jeden fall noch weiter höher gesteht werden alles neu muss ich noch mal wieder alles noch einstellen und so dass wir ja den alten qualität qualität wieder haben hier habe ich den sound auch nur noch auf 80 prozent stehen und ich weiß nicht wieso ich das gemacht habe aber der muss wieder auf 100 prozent alles und ja bei obs kann man ja auch einiges einregeln und so oder dann kriegen wir schon einiges hin würde ich sagen und ähm dort und gerade vorschlagen das war da ich spiele jetzt ja ein bisschen schon die grafiker gesagt die lüfter können aus bleiben doch mal sich in die entspannt gut die grafiker das auch schon ein bisschen übertaktet und so ich habe jetzt also ich kann meine gehäuse dürfte noch einstellen die stimmert auf auf die hälfte also es gibt drei stufen so langsam mittel und schnell sagt immer so drei stufen und das steht jetzt auf dem mittel habe ich jetzt immer so angestellt weil ich glaube auch nicht so viel strom dann und so und ist auch nicht so laut weil umso schneller die drehen umso mehr geräusche machen die und so aber cpu auslastung ist bei elf prozent grafik gerade kann ich leider nicht sehen da habe ich mir jetzt auch ein tool runtergeladen kann ich jetzt an den normalen wenn ich das aufrufe kann ich dann sehen wie viel tag der hat wie viel auslastung wie viel prozent die lüfter laufen kann ich dann auch verschiedene tools also wo dies einstellen der läuft jetzt standard auf gaming das ist so ausgeglichen man kann ihn auch auf basis machen sage ich mal so dann ist sie halt nicht ganz so schnell und dann kann ihn auch auf overclock machen ja dann ist sie halt brutal also wenn wir spiele spielen die ein bisschen mal power brauchen das vielleicht im Grunde auch immer das ist eine 1080 wie gesagt das ist schon ein Schiff war Anfang letzten Jahres oder wann kam die raus Anfang letzten Jahres oder vorletztes Jahr ich bin schon zwei jahre alt oder knapp zwei jahre eineinhalb oder so ich habe ein Simpelserbrück und ja da war die glaube ich die größte grafikkarte bevor die TI rauskam wie viel habe ich zehn Minuten erst es kommt einem mal so lang vor aber wenn man dann so guckt so wenn wir das Feld hier fertig haben dann ist auch Folgen Schluss also ist die Folge auch schon vorbei und deshalb habe ich mir schon eine ja zwei kleinere Felder noch ausgesucht von der Form her vielleicht ganz so spektakulär ach genau das hier vorne wollte ich noch nehmen dann sehen euch das noch besorgen mal sehen wir gucken mal umso mehr Tiere wir haben umso mehr Futter brauchen wir auch ich weiß noch nicht mir ist das eigentlich ein bisschen dicht am Haus aber naja wir können die Einfahrt ja auch umlegen ne muss ja nicht unbedingt da sein wo sie vom Spiel aus ist naja warten wir mal ab wir sind ja erst angefangen sage ich mal so hier auf dem Spiel hier so da neigen wir hier uns zum Ende zu also auf dem Feld der Aufnahme jetzt auch aber zum langsam so aber das merkt man halt ne 6m zu 4m das wird 2m weniger hast so einmal wieder absetzen und das passt nicht so ganz so wie der eben geschaltet hat beim Rückwassfahren der ist schon nicht schlecht eh so hier haben wir so ein bisschen in ihn verliebt habt ihr vielleicht irgendwelche also die im Modhub sind die ich nicht auf dem Schirm habe die sich so ungefähr so ähnlich anhören vielleicht also die vielleicht keinen Standard Sound haben oder so aber ich finde diesen ja ein Sound finde ich auch ganz nicht mal so schlecht ist von dem äh Deutz von dem älteren und von dem äh Case aber Case ja ist irgendwie nicht so mein Ding wieso auch immer keine Ahnung wahrscheinlich weil der auf jeder Karte irgendwie gibt's vielleicht ist das dann so äh dann hast du ja irgendwie überall drauf den deutschen wieder nicht überall wieso auch immer was ist auch nicht weiße wir hatten aber auch noch mal einen anderen ne nur holland neuerer form vor beutschen sagen neuer äh nicht form sondern äh neueres modell so neueres modell so und ich glaub der hörte sich auch ein bisschen anders an ne ja ich muss mal rumgucken oder werden wir schon was finden kriegen wie auch immer so so ein bisschen zu weit da naja und so sagte er und wusste doch nichts mehr ich weiß nicht wieso ich da immer wieder bringe aber irgendwie gefällt mir das so einmal einschlagen hier so haben wir das hier gleich auch schon geschafft so wir müssen ein bisschen aufpassen wegen unserer äh Kreiselegge und wir müssen so ein bisschen fahren und dabei dann hochheben damit wir auch weiter sehen äh nein aus aus und hochheben wir können ja noch was anderes davon vormachen aber naja glaub das reicht so oder es hat aber auch einiges rausgeholt ne an äh dümmer ok was haben wir denn hier so äh äh stellen wir uns unten mal hin aber hier ist wieder voll leise alles ne aha helfer f wird durch ein objekt blockiert dann müssen wir da ja mal gleich eben hinschauen nein vorwärts ich weiß gar nicht wie sieht das denn aus eigentlich hier ok können wir so lassen äh ah nein so warte mal und so und aus so gucken wir nochmal hin zu den äh kühen zu molly zu den mollys molly moody superkuchen ok da müssen wir ausmisten das können wir sonst mal nächste folge machen hier ist noch ein bisschen was wie sieht das denn eigentlich so ähm essenstechnisch aus wir können den kredit abbezahlen vielleicht machen wir das auch mal ok sauberkeit äh 18 kühe also wir haben noch keine kuh dazu gekriegt bildgrube 4000 misthaufen 2000 milch tank ok gut hier da müssen wir ja auch nochmal körnermais brauchen wir irgendwann nochmal weizen gerste ok raps dann blumen soja dann machen wir vielleicht mal weiß ich nicht soja wo und kartoffeln und zuckerrüben brauchen wir ja können wir auch immer irgendwie mal ein feld mitmachen ähm kann auch meinen dutzen natürlich speichern so dann wollen wir mal gucken was der helfer denn da für sorgen hat zipp 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 ok ja er wurde blockiert aber ja ok gut das sieht ja schon mal eine schlechte aus ok äh wir fahren nochmal genau hier so dann würde ich auch sagen beenden wir diese folge für heute äh und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss und noch was nö tschüss und bis zum nächsten mal einfach so ohne mehr nicht mehr und weniger also ich bin jetzt raus tschüss tschüss